Träume und Wünsche, auch wenn es hart klingt, ändern nichts, Entscheidungen ändern alles. Wer sich immer alle Türen aufhalten will, verbringt sein Leben auf dem Flur. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für den warmen Empfang und die ganze gute Energie. Und ich bin ehrlich zu euch, Leute, ich brauche die heute so ein bisschen von euch, weil die, die mich kennen, wissen es, ich bin nicht der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht und vor allem nicht der Typ, der gerne Vorträge macht. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Und als mir die letzten Tage erst so richtig bewusst geworden bist, alter Robbe, du musst hier vor Tausenden von Menschen einen Vortrag machen, kam so dieses Gefühl in der Magengegend, wie damals kurz vor einer Matheklausur. Du weißt, die Nummer verkackst du, aber du musst sie irgendwie einigermaßen galant zu Ende führen. Und jetzt stehe ich hier und es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Es ist noch viel schlimmer. Leute, ich bin echt aufgeregt, muss ich euch sagen. Wobei, wenn ich so recht drüber nachdenke, 7000 Menschen, alle zusammen in einem Raum. Ich weiß nicht, wer da gerade höheren Puls hat. Ich oder Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister. Keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Corona ist heute kein Thema, war es lang genug. Bevor ich in meinen Vortrag starte, den ich tatsächlich erst heute Nacht fertig gekriegt habe, möchte ich kurz drei Dinge sagen, die mir echt wichtig sind. Punkt Nummer eins, ich hoffe, dass ich den ein oder anderen hier irgendwas mitgeben kann. Und er es für sich verinnerlichen kann und dann auch wirklich umsetzt. Also nicht nur konsumieren, sondern wirklich umsetzt. Das wäre mir echt wichtig. Punkt Nummer zwei, was mir auch sehr wichtig ist, ich bin ein ganz normaler Dude. Ich finde es immer richtig schön, wenn ihr auf mich zukommt, also viele von euch und nach dem Bild fragen. Aber ich bin der Typ von nebenan. Ich bin ein ganz normaler Typ und das ist ja heute nicht so ein Ding und soll auch bitte nicht so rüberkommen, als würde ich so tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich und by the way, alle anderen, die hier stehen, haben auch nur Wasser zum Kochen. Es ist mir echt wichtig, dass ihr das für mich verstanden habt und wisst. Und Punkt Nummer drei, das ist mir fast am wichtigsten, dass ich schnell wieder von der Bühne komme. Deswegen fangen wir am besten einfach mal an. Ich gucke mal kurz. Genau, das ist das Chart, was ich brauche. Und zwar habe ich mir die letzten Tage echt Gedanken gemacht, was erzähle ich euch eigentlich? Und habe ein bisschen so reflektiert. Ja, was habe ich eigentlich 2019 erzählt und habe damals, lang, lang ist es sehr, wer war eigentlich dabei? Mal kurz Hände hoch. Ah, okay, cool. Habt ihr meinen Vortrag gesehen? Lass mal kurz Hände oben. Okay, gut, dann hätte ich, da sind schon 50 Prozent, da hätte ich den nicht unbedingt machen müssen, die Mühe. Aber gut, und habe damals erzählt von fünf Key Learnings auf dem Weg von der Gründung bis hin zu diesem Achievement, wie es im Trailer stand, zu Deutschlands größter Weiterbildungsmarke für Selbstständige und Unternehmer. Weil ich habe da echt viel lernen dürfen auf diesem Weg und habe mir gedacht, was erzähle ich euch diesmal? Und seitdem ich das letzte Mal hier auf der Bühne stande, ist in meinem Leben eigentlich so ziemlich alles anders. Also private Veränderungen, geschäftliche Herausforderungen, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich die irgendwann mal durchmachen muss. Viele Dinge haben sich extrem verändert in meinem Leben und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht einfach so meine Top 5 Learnings, wie so ein Part 2 von 2019, also Teil 2 von 2019, wo ich euch einfach mitnehme aus so den Top 5 Learnings aus meinem Leben so und vor allem aber auch aus den letzten drei Jahren. Und dafür würde ich gerne kurz mit euch auf Pause drücken, zurückspulen und die Situation beschreiben im, ich glaube Februar, März 2020. Wir haben noch ein paar Wochen bis zum Founders Summit. Wir sind fast ausverkauft, wir haben Top Speaker Zusagen zu dem Zeitpunkt schon, unsere kompletten Partner und Messe sind alle dabei, alles ausvermarktet. Unsere eigene Event Agentur, die Avengers, haben eine richtig gute Auftragslage. Alles läuft wie am Schnürchen, also besser könnte es eigentlich nicht sein. Und dann kommt auf einmal, wie aus dem Nichts, das. Erstmal ist es auch in Deutschland nach diesem Raum. Es geht um Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte. Weil es immer mehr Coronavirus-Infektionen in Deutschland gibt, empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. 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 Yes, ihr wisst, was damit gemeint ist. Weltweite Pandemie, ich will auch gar nicht drüber reden, so lange drüber reden, aber es war für mich mein biggest Business Fuck-up-Moment, den ich bislang hatte. Und deswegen möchte ich mit euch teilen, weil da für mich viel drin war. Wir hatten Multimillionen Euro Umsätze zu dem Zeitpunkt, vor allem aus dem Agenturbereich, weil wir Eventdienstleister waren. Und von jetzt auf gleich fahren wir auf 0 Euro. Also wirklich auf 0. Wir haben kaum andere Einnahmenquellen zu dem Zeitpunkt, weil wir ein sehr offline-getriebenes Unternehmen zu dem Zeitpunkt waren. Wir haben Seminare, Masterminds, Eventdienstleistungen gemacht, aber alles nicht mehr möglich. Wir haben zu dem Zeitpunkt keine Planung, wir wissen nicht, was können wir überhaupt tun, was dürfen wir tun. Und vor allem auch keine Sicherheit, beziehungsweise auch keine Hilfe. Unterm Strich waren das, und man kennt mich eigentlich dafür, dass ich auch wirklich immer transparent bin und deswegen mache ich das an der Stelle, 400.000 Euro Verlust innerhalb kürzester Zeit. Und ich rede hier wirklich von Verlust, also nicht Umsätze, die nicht gekommen sind, Gewinne, die erwartet waren und nicht geflossen sind. Es geht wirklich um Verlust, tatsächlich um Verlust. Und jetzt stehst du da und stellst dir eine Frage, was zum Teufel machst du jetzt? Und das Beste, was du jetzt tun kannst, habe ich für mich gelernt und deswegen will ich das mit euch teilen, ist eine Entscheidung treffen. Und ich meine nicht die strategische Entscheidung, sondern die eine Ebene drüber. Die entscheidet darüber, wie willst du aus der Sache rausgehen. Und dann haben wir für uns die Entscheidung getroffen, wir werden als Team diese Krise überleben und noch stärker daraus hervorkommen. Das war unsere Entscheidung und da ging es nicht um strategische Moves, die kommen danach, sondern es ging um eine echte Entscheidung auf der Ebene darüber. So, das nächste, was wir gemacht haben, wir haben uns fokussiert auf, was können wir eigentlich? Da haben wir gemerkt, so viel können wir gar nicht, aber was wir können sind Events, dürfen wir aber nicht. Dann haben wir darüber nachgedacht, was können wir noch so und haben gemerkt, ey, wir haben doch eigentlich einen richtigen Marktführer, eine richtige krasse Brand aufgebaut. Warum nicht auch für andere tun? Und was haben wir gemacht? Wir haben unsere Event-Dienstleistung, Avengers, einfach getauscht durch eine Branding- und Marketing-Dienstleistung, weil wir es ja offensichtlich mit der eigenen Marke erfolgreich hinbekommen haben. Also Branding- und Marketing-Dienstleistung angeboten. Als nächstes haben wir uns überlegt, was können wir noch? Wir können Bildungsplattformen bauen, sowas wie hier. Das ist ja eine Bildungsplattform am Ende des Tages. Viele Speaker, viele Inspirationen, viele Learnings. Lass uns das doch einfach online machen. Und ja, gesagt, getan und Deutschlands, nee, Europas sogar erste Streaming-Plattform, die Founder Zone, ins Leben gerufen. Ist quasi wie Netflix, nur für Unternehmer. So, ja, also erst fokussiert, was können wir? Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was haben wir? Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ein Netzwerk zu Menschen, Zugang zu Menschen. Und das Einzige, was uns dann wirklich unterm Strich geholfen hat, war die Ärmel hochkrempeln, den Hörer in die Hand und Akquise machen. Menschen, die wir kennen, Dienstleistung anbieten und Gas geben. Nicht lange jammern, sondern Gas geben. Und ja, wir haben für uns gemerkt, nur wer sich selbst zu helfen weiß, dem wird geholfen. Und heute kann ich rückblickend sagen, dass diese Pandemie für uns und unser Team eigentlich gut war. Weil wir irgendwie selbstbewusst aus der Sache rausgegangen sind. Weil es hätte nichts Schlimmeres passieren können für eine Organisation, Unternehmen wie uns, als eine weltweite Pandemie. Also wir können unser Handwerk-Events nicht mehr machen, von heute auf morgen. Und zu wissen, dass wir da rausgekommen sind, hat uns echt eine breite Brust gegeben. Weil welches Problem soll noch kommen? Welches Problem soll uns aus der Bahn schmeißen? Und das ist mein Learning Nummer eins. Die Grundlage lag in der Entscheidung. Und das ist das Learning Nummer eins, was ich mit euch teilen möchte. Träume und Wünsche, auch wenn es hart klingt, ändern nichts. Entscheidungen ändern alles. Und ich habe mit der Arbeitszusammenarbeit mit Startups und auch mit Teilnehmern aus unseren Coachings gemerkt, wir haben nicht mehr viele, die wirklich Entscheidungskraft haben und Entscheidungen treffen wollen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist der Grund für diese fehlende Entscheidungskraft? Und die Antwort ist eigentlich ganz easy. Wir haben zu viele Optionen. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft und wir haben jegliche Freiheiten, die man eigentlich nutzen kann. Und genau deshalb fällt es uns so schwer, Entscheidungen zu treffen, weil man irgendwie alles macht, aber nichts mehr so richtig. Man will hier dabei sein, dort dabei sein. Wenn die ersten Probleme aufkommen mit der Freundin oder dem Freund, dann wird kurz auf Tinder einmal nach links geswiped. Nach links muss man swipen, oder? Ich weiß gar nicht. Rechts? Guck, ihr merkt, ich bin kein Tinder-Team. Nach rechts swipen. Und du hast schon direkt die nächste Beziehung, mehr oder weniger. Das heißt, es wird so einfach gemacht, dass wir Entscheidungen treffen und ändern können, sodass wir sie nicht mehr mit vollem Herzen treffen können. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr diese Kraft, Entscheidungen zu treffen, committed zu sein auf irgendwas und nicht so mit halbem Herzen. Und ein Bild, was ich euch mitgeben will, ist diesen Reistopf. Stellt euch vor, ihr, also ein Bild, warum wir Entscheidungen treffen müssen. Stellt euch vor, ihr habt einen Reistopf und wollt den Reis kochen darin. Und ihr macht jedes Mal die Reisplatte an und wieder aus. An und wieder aus, weil dort vielleicht der Reistopf besser aussieht, kurze Zeit. Und macht ihr wieder an und dort aus. Und dann ist da noch ein Reistopf und macht den an und dort wieder aus. Was am Ende des Tages passiert, ihr könnt tausendmal diesen Herd anmachen, aber der Reis wird nie fertig gekocht. Und deswegen müssen wir für uns selbst, und das war ein Satz, der mich auch geprägt hat in den letzten Jahren, weil ich viele Dinge parallel machen wollte und gemerkt habe, das geht nicht. Wer sich immer alle Türen aufhalten will, verbringt sein Leben auf dem Flur. Geht mal in den Raum rein, bleibt da drinnen, auch wenn es da nicht immer angenehm ist. Und deswegen, ja, vielen Dank. Und deswegen, ja, um dieses Thema Entscheidung abzurunden. Du wirst nicht erfolgreich zu den Dingen, zu denen du Ja sagst, sondern zu den Dingen, zu denen du Nein sagst. So, das ist ein Bild, was ich euch mitgebracht habe. Ich weiß nicht, wer kennt mich. Weiß jemand, wer ich da bin? Das ist mein Team, 2010, Eintracht Frankfurt, Fußball-Juniorenmeister. Da bin ich, ohne Cap, nicht so einfach. Und ich habe für mich das so als meinen stolzesten Fußballmoment. Die Reise ging danach noch weiter, aber das war so einer meiner stolzesten Fußballmomente. Und einen Tag später sind wir mit der kompletten Mannschaft auf den Ballermann geflogen. Wir sind eingeladen worden, haben ein bisschen Party gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern, ich habe ein Gespräch mit meinem damaligen Trainer geführt, der mir gesagt hat, ey Robin, du und fünf, sechs andere aus dem Team, ihr wart so essentiell entscheidend dafür, dass wir diese deutsche Meisterschaft gewonnen haben, dass er gesagt hat, ey, wenn ich irgendwann mal Profi-Fußballtrainer werde hier bei Frankfurt, dann rufe ich euch an, egal ob ihr mittlerweile so eine Plauze habt, mit fünf Bier auf der Couch sitzt und Bundesliga guckt, ich rufe euch an, mache euch fit und hole euch in meine Mannschaft. Ein Jahr später sagt derselbe Mensch zu mir, und ich mache ihm gar keinen Vorwurf, also wirklich, no worries, dann werde ich also wirklich gar nicht, Robin, such dir einen neuen Verein, ich brauche dich nicht mehr, du hast hier keine Perspektive. Grund dafür war, ich war ein Jahr lang verletzt, ich hatte schwere Knieverletzungen und dann noch einen Mittelfußbruch, weil ich zu schnell zurück auf den Platz wollte und zu verbissen war, dass ich so viel trainiert habe, dass mein Fuß vor Ermüdung gebrochen ist, das nennt man Ermüdungsbruch, das ist einfach beim Laufen dann gebrochen. Und für mich war die Erkenntnis vom Hero to Zero, so ein gefeierter Fußballer, vor allem dann auch da in dem Jahrgang, innerhalb von Wimpernschlag gefühlt für mich zum Zero. Fußballgeschichte ging zwar noch weiter, aber was ich sagen will, das kann schnell gehen und das kann umgekehrt genauso gehen. Das hier, ich muss hier immer ein bisschen drauf gucken, damit ich die Bilder sehe, die angezeigt werden. Das hier ist mein Auto vor ein paar Jahren noch gewesen. Der sieht da deutlich besser aus, als er tatsächlich war. Ihr müsst euch vorstellen, das Ding war eigentlich lebensgefährlich. Wirklich lebensgefährlich. Die Elektronik war kaputt, Fenster gingen nicht mehr auf, die Servolenkung war sogar teilweise nicht so funktional. Das war für Kurven suboptimal. Im Winter musste ich von innen kratzen, Seitenspiegel irgendwann mal abgefahren, mit Panzertape wieder dran gemacht. Das war eine Zeit und deswegen zeige ich euch das, ein Symbol für mich, was für eine Zeit steht, die zwar hart war, aber mir gezeigt hat, dass wenn man Ausdauer hat und nicht zu schnell aufgibt, dass man das hinkriegen kann. Und heute haben wir ein 23-köpfiges Team. Ich weiß, das ist jetzt nicht die Welt, aber wir machen auch wieder mehrere Millionen Euro Umsatz. Wir haben finanzielle Stabilität, funktionierende, gut laufende Unternehmen. Und mir hat das einfach gezeigt, also warum erzähle ich euch das alles, dass von oben nach unten es schnell gehen kann, aber es kann auch von unten nach oben wieder gehen. Das ist für mich so die Erkenntnis und das ist mein Learning Nummer zwei an der Stelle. Das Leben ist immer nur eine Momentaufnahme. Das ist der Lauf der Welt. Manchmal geht es dir gut, manchmal weniger gut. Manchmal hast du mehr Geld, manchmal hast du weniger Geld. Wenn du oben bist, ist es nie so gut, wie es von unten scheint. Und wenn du unten bist, glaubst du, du kommst nie wieder nach oben. Aber das Leben geht immer weiter. Danke. Und ja, eine Sache, die ich noch sagen will zu dem Thema Ups und Downs. Ich werde oft gefragt, ey Robin, wie ist es eigentlich, so ein Event zu organisieren? Und das ist wie das Leben. Ups und Downs nur in einer viel, viel höheren Frequenz. Deswegen will ich euch mal ein paar Einblicke mitgeben, wie ist das so? Es ist eine absolute emotionale Achterbahnfahrt. Also ich bin heute bestimmt schon dreimal gestorben. Wurde dreimal wiederbelebt und ich hoffe, ich bin gerade da für euch. Ja, und wenn man uns mal durch oder auch mich mal durch so ein Schlüsselloch einen Tag lang beobachten würde, würde man davon ausgehen müssen, dass ich entweder schizophren bin oder zumindest eine starke bipolare Störung habe. Eins von beiden, weil die Emotionen hoch und runter gehen. Morgens sieht es meistens so aus. Der Tag startet und voller Energie. Du sagst, okay, gib mir ein Problem. Es sieht dann meistens so im Office aus. Da bist du noch motiviert, da denkst du, du kannst es mit jedem aufnehmen. Eine Stunde später, nachdem tausende Probleme auf dich eingehakelt sind, sieht es meistens bei mir im Büro schon so aus. Ich muss gleich in die Klapse. Ich muss gleich in die Klapse. Und dann gibt es natürlich so Momente, wie zum Beispiel die Richard Branson-Zusage. Wer freut sich auf Richard Branson morgen früh? Das sieht dann meistens bei uns so aus. Ja, so ungefähr sehen meine Dance-Moves tatsächlich aus. Und dann gibt es aber auch wieder das Down. Ich kann mich erinnern, Hui, Freund und Geschäftspartner von mir und Can rufen mich an und sagen, ey Robin, sitzt du? Ja, was ist los? Ja, Richard Branson kommt doch nicht. Der hat abgesagt, trotz Vertrag und allem. Er kann es doch nicht möglich machen. Dann sieht es wieder so aus. Okay, ich kann euch beruhigen. Er ist morgen live bei uns, also live zugeschaltet. Und alles, was ich damit sagen will, ist, es gibt Höhen und Tiefen. Das wird es immer geben. Und macht euch einfach bei dieser Unternehmerreise darauf gefasst, dass das egal, an welchem Punkt du im Leben stehst, dass das immer der Fall sein wird. So, was ich auch noch mit euch teilen möchte, ist die Wenn-Dann-Krankheit, die ist nämlich unter Unternehmern echt oft und weit verbreitet. So dieses Gefühl, wenn ich jenes erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann arbeite ich weniger. Oder wenn wir das endlich erreicht haben, dann haben wir es geschafft. Im Grunde genommen arbeiten wir aber dann immer um zu und damit auf ein zukunftsbezogenes Ziel und verpassen den Moment. Und Ziele sind wichtig, die will ich nicht in Frage stellen. Im Gegenteil, sind essentiell, weil Ziele setzen Handlungen in den Gang. Aber was wir oft verpassen, ist, dass wir den Moment selbst genießen sollen und eigentlich dafür angetreten sind, für die Reise selbst. Und auch da will ich euch ein kurzes Beispiel geben, weil es die Zukunft und das Morgen eigentlich gar nicht gibt. Und jetzt sagt der eine oder andere, ist der jetzt völlig durchgedreht da vorne? Wie, morgen gibt es nicht? Versuch mal, bei einem Restaurant kostenfreies Essen zu erhalten, an dessen Eingangstür das Werbeschild steht, Morgen kann man hier umsonst essen. Am Tag darauf wirst du dort erscheinen, um kostenlos Essen zu erhalten. Der wird aber auf das besagte Werbeschild weisen und sagen, kannst du nicht lesen? Morgen kannst du hier umsonst essen. Und so läuft das immer weiter. Deswegen genieße den Moment, sei da. Und das Einzige, was du wirklich beeinflussen kannst, ist das Hier und Jetzt. Und deswegen lass uns bei all diesen zielgetriebenen Handlungen, die wir machen, und dann lasst uns trotzdem das Hier und Jetzt genießen und auch vollziehen. Weil wir sind oft immer morgen da, aber wir passen den Moment. So eine Frage, die ich auch oft... Dankeschön. Eine Frage, die ich auch oft bekomme, ist so, was ist der bedeutsamste Unterschied zwischen Erfolgspersönlichkeiten und denen, die es nicht schaffen? Ich durfte auf meiner Reise echt viele kennenlernen. Und was ich für mich beobachtet habe, ist, dass die Menschen ihr eigenes Spiel spielen. Die gucken nicht so viel nach links und rechts, die lassen sich nicht verbiegen, die sind, wie sie sind. Ich war vorher noch mit Dieter Bohlen abgequatscht. Aber der ist wirklich so. Der tut nicht so, der ist so. Und genau das ist der Unterschied zwischen oft den Menschen, die so einen Durchbruch haben und denen, die keinen haben, weil sie vor allem die Sachen auch für sich selbst machen und nicht jedem gefallen wollen. Und das war auch ein großes Problem von mir die letzten Jahre. Ich habe es immer allen versucht, recht zu machen. Und dem Einzigen, dem du es nicht recht machst, dann ist es oft dir selbst. Und irgendwann, du brauchst einen Energieausgleich. Irgendwann, wenn du nur versuchst, immer zu geben, zu helfen und immer dich selbst dabei zu vergisst, ist es nicht gesund. Und deswegen macht es für euch und spielt euer eigenes Spiel. Und ich glaube, das Zitat hier ist von Kanye West. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wollte ich auch mitbringen an der Stelle. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen lieber glücklich und erfolgreich aussehen wollen, als es wahrhaft ehrlich zu sein. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die unbewusst von euch, wenn zwei Optionen auf den Tisch legen, unbewusst besser gesagt die Option wählen würden, dass die Leute von außen denken, bei euch läuft es krass, obwohl es gar nicht so krass läuft, anstatt es läuft krass, aber die Leute wissen es gar nicht. Und warum ist es so wichtig, dass wir immer bei den anderen so gut ankommen? Und auch ich bin davon nicht frei und habe irgendwann versucht, für mich nur noch Entscheidungen, da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, die ich nur für mich mache. Und eine Reflexionsfrage, die euch vielleicht auch hilft, zu entscheiden, was macht ihr und was macht ihr nicht, was lasst ihr bleiben und wo ist euer Herz dabei, ist die Frage, würdest du es tun, wenn es niemand sehen würde? Würdest du dir das Auto holen, wenn es niemand sehen würde, wenn du da drin fährst? Würdest du sechsmal die Woche ins Fitnessstudio rennen, wenn keiner den Buddy sieht? Würdest du dieses Founder Summit hier organisieren, wenn keiner wüsste, dass du das machst? Und wenn dann die Antwort ja ist, dann go for it, mach es mit ganzem Herzen, aber sonst, lasst es bleiben. So Leute, wir sind fast durch. Und ganz kurz die Frage, wer von euch kennt die Mike Tyson Story? Also nicht, wer Mike Tyson kennt, sondern die Story, wie wir damals Mike Tyson aufs Founder Summit gekriegt haben? Das sind echt wenige. Gut, dann erzähle ich sie nochmal schnell, weil sie für mich für Learning Nummer 5 steht. Und zwar Hartnäckigkeit. Ich sage immer bei uns im Unternehmen, das dreifache H, Höfläche, Hartnäckigkeit hilft, ist die einzige krasse Erfolgsformel, die wir bei uns haben. Wir versuchen Dinge, egal wie es schwer sind, und glaubt mir, es war echt nicht so einfach, das hier nach all der Zeit wieder auf die Beine zu stellen. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir sind hartnäckig, wir beißen uns fest wie so ein Terrier. Und damals, als wir Mike Tyson zu uns auf die Bühne geholt haben und mittlerweile ja auch viele andere, haben wir genau diese Tugend gelebt. Wir waren hartnäckig. Wir haben wochenlang, monatelang ans Management geschrieben, bis wir irgendwann eine Reaktion bekommen haben. Wir haben versucht, ihm Pitch-Videos zu schicken, haben Videos aufgenommen, haben ihm unsere Visionen geschrieben, warum er doch zum Founder Summit kommen sollte. Und irgendwann hat er gesagt, okay, ich komme. Und wir haben uns gefreut, wie verrückt. Und dann, ähnlich wie bei dem Branson-Moment, da ist wieder die emotionale Achterbahnfahrt, sagt er einfach ab. Kurz vor Events, so ein paar Wochen, mit der Begründung, ich habe in Kalifornien ein Marihuana-Business aufgemacht und kriege dort gerade in Deutschland richtig schlechte Presse deswegen. Und das Letzte, was ich mache, ist zum Founder Summit nach Deutschland zu kommen, wo ich mich auch noch vielleicht für mein Business rechtfertigen muss. Wir haben mit Engelszungen auf ihn eingeredet. Nein, wir stellen nur die Fragen, die du haben willst und so weiter und so fort. Mit ihm war nicht mehr zu reden. Dann habe ich mir gedacht, ey, der hat einmal zugesagt, der muss ein zweites Mal zusagen. Da habe ich gesagt, Mike, wenn du doch noch kommst, nenne ich meinen erstgeborenen Sohn nach dir. Und das, ehrlicherweise, no joke, das war tatsächlich der Grund, warum gesagt ist, ey, ich erkenne den Kämpfer in euch, der ich im Ring war. Ich bin dabei. Wenn ihr nicht aufgebt, okay, ich komme. Ihr habt mich überredet. So, und ein Mann, ein Wort. Ich habe mich natürlich gefreut, wie verrückt, als die Zusage wieder kam, bis zu dem Moment, wo ich mir gedacht habe, scheiße, das musst du irgendwie noch deiner Freundin beibringen. Aber ein Mann, ein Wort. Und irgendwann kommt dann Lidl Tyson. Und ehrlicherweise, ich habe gesagt, dass es viele private Veränderungen in meinem Leben gibt. Und ehrlicherweise darf ich verkünden, oder warte, 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 vielleicht noch nicht. Ihr könnt es selbst sehen, ob Lidl Tyson wirklich kommt, weil meine Freundin ist schwanger. Die sitzt hier irgendwo. Und wir haben so eine Babyshower-Party gemacht, wo wir, kennt ihr das aus den Staaten, ist das eigentlich da so ein Ballon drin, da sind entweder blaue Schnipsel, wenn man den kaputt macht, oder rosane Schnipsel für Mädchen. Also blau für Junge, rosa für Mädchen. Und keiner auf der ganzen Veranstaltung, außer das Unternehmen, was diesen Ballon befüllt, weiß, was für eine Farbe da drin ist. Und ihr könnt jetzt vielleicht selbst mal mitfiebern, ob wirklich Lidl Tyson kommt oder nicht. Team Blau! Team rosa! Leute, Team Blau! Nein! Okay, ihr dürft runterziehen. In zehn, in zehn, in zehn, in acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins! Super! Applaus Also, it's gonna happen. Ich habe Mike Tyson auch schon informiert. Ja, und der eindeutige Beweis für alle, die zweifeln, Bild vom Unterschied steht, ich bin ein stolzer Papa, wie man sieht. Und ich bin wahrscheinlich auch der Papa, der schon vor der Geburt ein Rabenvater ist, erst den Namen seines Sohnes verkauft, für den eigenen Zweck, und dann vor tausenden von Menschen in den Intimbereich. Okay, Ladies and Gentlemen, ich danke euch von Herzen, wirklich ernst gemein, für euer Vertrauen, dass ihr hier seid und für das Kostbarste, was ihr mir schenken konntet, eure Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Vielen, lieben Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ey, vielen Dank. Gänsehaut. Dankeschön. Okay, warte auf. Macht's gut. Danke.